Am Anfang waren wir verliebt wie Romeo und Julia. Zwei Jahre später hat die Tragödie angefangen. Schleichend zuerst. Dann ist es immer schlimmer geworden. Sogar vor den Kindern hat sie mich klein gemacht. Als der Alkohol und Schläge zum täglichen Ritual sind geworden, wusste ich, dass ich damit alleine nicht klar komme. Ich brauche Hilfe. Melden Sie sich frühzeitig. 031 321 6302 Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da.